Diesmal halte ich mich an den Plan. Versprochen. Wir gehen da rein. Das hat's mir getan. Ich mach beim König Eindruck. Der Prinzessin, schöne Augen. Und wenn wir die Mitgift haben, kratzen wir die Kurve. Kinderspiel. Ein Prinz kommt in ein Königreich, um eine Prinzessin zu freien. Doch dann trifft er eine Prinzessin, die ihm die Sprache verschlägt. Ich bin Mathilda. Wie ist die Welt da draußen? Sie ist groß, aber immer voller Wunder. Diesmal gehen wir nicht mit leeren Händen. Wer rein? Kai, die Kugel! Damit wird beschlossen, ihr werdet verbannt in den Schattenwald. Dio! Menschen haben in diesem Wald nichts zu suchen. Was macht ihr hier? Sie ist eine Zauberin. Sie bringt uns zu Mathilda zurück. At-the-r-pap-ti. Was ist passiert? Ich will den Wursch! Kai! Hallo? Ah! Den Kuss hast du gesagt! Ah! Komm! Mathilda! Mathilda! Ah! Ah! Achtung! Er wagt es zurückzukommen? Ja, aber du bist es wert. Danke, lieber Frosch. Diese Prüfung ist wie für dich gemacht. Ich gehöre niemandem mehr, Trottel. ihr habt fühlen. Fröge. Ach. 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 Vielen Dank.